In der heutigen Folge wollen wir dir wieder eine Extraportion Liebe, Vertrauen und Goddess Energy schicken. Wir teilen darin wertvolle Weisheiten, die dich dabei unterstützen werden, dein Herz noch mehr zu öffnen und dich bereit für den Richtigen und das große Ganze zu machen. Also lehn dich zurück und sorge alles auf, wonach sich deine Seele gerade sehnt. Boodle Knockout, der Podcast von und mit Lila Sauerschnick und Stefanie Scharabeger. Zwei psychologische Beraterinnen und engste Busenfreundinnen reden schonungslos ehrlich und mit einer guten Portion Wiener Schmäh über Liebe, Sex, Dating und Männer. So, als wären sie allein. Deeper als Deep Dog. Boodle Knockout Herzlich Willkommen zum Boodle Knockout Podcast. Du hörst die bezahmende Stimme von Steffi, genau so ist es, und Lila. Ich sage es ehrlich, ich habe fast das Intro jetzt vergessen. Kurz einmal. Ich wollte schon sagen, wunderschöne guten Morgen oder an die Steffi eines wunderschönes guten Morgen. Guten Morgen. Das haben wir häufiger gesagt in der letzten Zeit als das Intro, aber wir freuen uns deswegen umso mehr, dass wir heute wieder da sind. Alle miteinander. Es wird schon wieder Zeit. Päffer für ein Päffer für ein Päffer für ein Pudelnackertes Date. Wir haben ein bisschen länger jetzt wieder Pause gelassen aus dem einfachen Grund, wir haben es ja vorher gerade besprochen, dass wir halt im Sommer auch beschlossen haben. Wir machen das alles sehr spontan, unsere Folgen, um das gleich mal aufzugreifen. Und machen es dann, wenn es passt. Sommer ist ein bisschen zu rissen immer bei uns. Das ist einmal der eine auf Urlaub, dann der andere auf Urlaub und so weiter und so fort. Und dann ist ein bisschen Urlaubsfeeling einfach länger angesagt, gell? Das wollen wir halt besonders gern. Einmal die eine im Urlaub, einmal die andere im Urlaub, einmal die eine im Ziegenkoma, einmal die andere im Ziegenkoma. Genau, oder man weiß nicht genau, wo die andere gerade ist, aber irgendwo sind wir immer, so circa. Das ist halt unser Sommer und dafür ist es dann im Herbst natürlich dann wieder alles beim Alten. Das versprechen wir, das ist fix. Vor allem ist uns ja auch wichtig, gerade so bei unserem Podcast, das ist ja sozusagen unser Herzensmedium und wir wollen ja da immer all unsere Liebe und all unsere Energie und unsere volle Liebe und unsere volle Energie reinlegen. Und bei uns, wenn man eh mitbekommt, geht es gerade ziemlich ab, gerade so mit Buch. Wir haben ein paar coole Fernsehauftritte hinter uns und diese ganzen Geschichten, die echt… Hammer, Hammer. Hammer, ja. Ich weiß auch nicht mehr, aber angeblich haben wir. Wurde uns irgendwie mitgeteilt in Form von vielen, vielen, vielen zuckersüssen Nachrichten unserer Familienmitglieder und so weiter und Freunde und natürlich auch unserer wundervollen Community. Aber es geht halt ziemlich ab und es ist halt natürlich auch gerade, ich sage jetzt mal, energetisch und emotional eine ganz schöne Auf- und Abzeit, Achterbahn, sind wir da gerade mittendrin. Und deswegen ist uns einfach auch wichtig, dass wir da podcastmäßig da volle Energie reinlegen. Und deswegen war auch der Entschluss, wir werden das im Sommer einfach ganz spontan machen, so wie es passt, so wie es fließt. Mit dem großen Ziel aber, dass dann im Herbst wieder alles rennt. Das heißt, im Herbst sind wir wieder wöchentlich, pünktlich, Dienstag, 6.06 Uhr mit einer neuen Folge da. Und im Sommer darf man sich jetzt überraschen lassen, wenn mal sowas von uns kommt oder auch nicht. Wenn mal sowas kommt, so irgendein Fos heute, weiß man auch nicht so genau meistens. Was im Sommer dann rauskommt, weiß man auch nicht so genau. Ist so, aber ich glaube, das war jetzt gerade die perfekte Überleitung. Man weiß nicht so genau, was kommt und genauso ist es auch heute. Die Lila weiß nicht so genau, was kommt. Ich auch nicht, aber ich glaube, es wird richtig schön. Diese Idee kam mir vor kurzem bei einem, einer unserer Spaziergänge, mich und meinem. Und auf einmal sind wir eingeschossen und haben mir gedacht, da müssen wir jetzt Erfolge dazu machen. Es ist wirklich allerhöchste Zeit, weil, ich sage ja auch gleich, was wir uns da überlegt haben oder was ich mir da überlegt habe. Aber wir sind immer eins, Lila und ich sind immer eins. Deswegen weiß ich auch, dass dieser Gedanke, der aus mir kam, entspringt ja eigentlich aus Lilas Kopf und Herz und so weiter. Und der ist dann rüber zu mir gesprungen und ich habe ihn dann aufgegriffen und sage, sie weiß es nur noch nicht, aber es ist immer so. Unsere Ideen kommen immer aus uns. Wie gebären es aus einer Vagina. So schaut es aus. Das hast du auch schön gesagt. Aus einer gemeinsamen. Bitte stellt sich das jetzt alle vor. So war es jetzt für uns. Na gut. Also, um da zurückzukommen. Warum kam mir der Gedanke? Ich habe so ein schönes Gefühl gehabt, da bin ich ja nicht so spazieren gegangen. Die Sonne ist untergegangen und es kam so ein ganz orges Liebesgefühl in mir. Und dieses Liebesgefühl hat mich einfach spüren lassen, auch diese Dankbarkeit und was wir alles geschafft haben. Und dann kam so der Gedanke drüber, wie wichtig diese Liebe, die die Lila und ich da in uns tragen, wie wichtig diese Liebe für diese Welt da draußen ist, was wir da bewegen und wie viele Herzen wir öffnen und wie viele Menschen wir bereit für die Liebe wieder machen, aufgrund unseres Seins. Und das finde ich einfach so wichtig. Und wir kriegen ja ganz, ganz, ganz viele Nachrichten, hunderte Nachrichten pro Tag, wie man ja weiß. Und ganz oft geht es einfach darum, dass Frauen uns bitten, nochmal etwas zu wiederholen oder ihr das nochmal zu bestätigen, ob es bei ihr eh so ist, ob wir bei ihr eh auch glauben, dass der Richtige kommt. Und so kam der Gedanke, dass ich heute in dieser Folge möchte ich gerne mit dir, mein liebster Schatzilein, gemeinsam unsere wichtigsten Weisheiten, Botschaften, Mantren nochmal zusammenfassen und tief und voller Liebe reingehen. Ich habe mir gedacht, sozusagen die Zusammenfassung all der Sätze, Gedanken, Impulse von uns, die so vielen einfach helfen. Die Essenz unserer Arbeit, zusammengetragen in einer Folge, wo man sich immer wieder daran erinnern kann, wo man immer wieder sozusagen genau den Impuls bekommt, den man jetzt hören muss. Und ich habe mir gedacht, wir hauen einfach so abwechselnd oder wie es uns einfällt einen Satz in die Runde und teilen dazu ganz frei, kurz, knackig, also nicht zu viel, aber so kurz, knackig. Was kommt dir für einen Impuls noch dazu? Was kommt mir für einen Impuls dazu? Und dann nehmen wir den nächsten Satz her. So wie man das dachte. Also all unsere Herzensbotschaften fassen wir jetzt zusammen und man kann sich das anhören und ah ja, jetzt habe ich es nochmal gehört. Jetzt habe ich genau den Satz gehört, den ich nochmal gebraucht habe. Und so haben wir heute die Folge vorgestellt. Das ist ja wohl mal das Allerschönste und Allerleiwernste und überhaupt. Und das ist so witzig, ich möchte nur ganz kurz einen Satz dazu sagen, wenn man schon beim Ein-Kopf-Ein-Herz-Ein-Vagina-Sinnst. Ich habe mir gestern und heute habe ich es weiter vollzogen, mal wieder Sätze aufgeschrieben, die wir schon einmal hatten. Der richtige, ist es wert, bla 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 bla. Und habe heute daraus, jetzt in ein paar Minuten, wo du jetzt kurz weg warst, kurz überlegt, was ist es, was ich dazu noch sagen möchte. Was gibt es jetzt? Ohne Schmäh, da steht es schon. Das gibt es nicht. Blau auf weiß bin ich jetzt gesessen, weil ich so gespürt habe in mir, dieses Thema auch, dieses, dass es so vielen noch immer so schwerfällt, sich auf die Liebe voll einzulassen. Dass viele noch immer so einfach die Angst haben, boah scheiße, was passiert denn wirklich, wenn ich mich da jetzt einlasse? Oder vielleicht ist es wirklich nicht für mich wirklich nicht so, dass der kommt. Und da habe ich mich noch einmal reingespült, auch in mein altes Ich früher und in diese ganzen Gedanken, die ich hatte und was ich damals auch jetzt gern hören hätte. Also urwitzig. Und genau aus dem Ganzen habe ich jetzt da sieben Punkte geschrieben, die mir wichtig wären, dass wir das einmal erzählen. Also ich fasse zusammen. Ein Hirn, ein Herz, eine FUT, so wie wir es immer schön sagen. Eine FUT. Sie hat FUT gesagt. Sie hat es gesagt. Ja, ich meine, authentisch, Brüttelnack jetzt ist neu authentisch. So sagen wir es uns, wenn wir miteinander sprechen. Also sagen wir es jetzt auch da, so wie es ist. Sagen wir es, wie es ist. Aber es ist, das war mir so klar. Ich möchte da noch etwas ergänzen, nämlich, weil ich habe mir gestern am Abend, es war mir wirklich vollkommen klar, dass dieses Thema so schon bei dir da ist. Und deswegen sage ich es auch so. Ich wusste, dass dieser Impuls kam schon aus dir zu mir. Ich habe es gespürt. Und das war auch gestern so lustig, weil ich habe mir gestern am Abend, gestern war Sonntag, heute ist Montag, und ich habe mir gestern am Abend gedacht, Sonntag ist der einzige Tag, wo wir uns nicht fix hören. Also außer es fällt einer was ein oder irgendwas ist lustiges oder keine Ahnung was. Aber Sonntag ist der einzige Tag, wo wir wirklich so beide abtauchen ganz. Ansonsten Montag bis Samstag haben wir unsere obligatorische Sprachnachricht in der Früh, unsere Fotos in der Früh. Wir hören uns hundertmal, wir sehen uns hundertmal. Also das ist immer nur Sonntag, ist meistens ruhig. Und gestern habe ich mir gedacht, kann man der Gedanke, vielleicht machen wir heute den Podcast, noch bevor ich jetzt dann auf Urlaub fahre, würde es sich noch schön ausgehen, würde super passen. Und die Idee wäre ja auch mega, die ist ja auch da. Und dann haben wir gedacht, ich spreche dir eine kurze Sprachnachricht. Ich schwöre bei Gott, genauso waren meine Gedanken, ich spreche dir meine kurze Sprachnachricht. Und dann haben wir gedacht, das ist vollkommen unnötig, weil ich weiß genau, entweder ist das Feld bei dir und bei mir für morgen den Podcast offen und wir entscheiden, morgen passt, wir machen ihn und das passt. Ich brauche dich nicht vorbereiten, ich brauche dich nicht vorwarnen, ich brauche nicht, weil das war mein erster Gedanke. Alarm, Alarm. Du kannst dich schon darauf einstellen, machen wir morgen einen Podcast. Denk mal, brauche ich nicht. Weil es wird bei dir genauso sein, wie es bei mir ist. Und entweder wir machen ihn morgen, weil es für uns beide sowieso passt oder nicht. Und genau so ist es. Jetzt heute war es klar, wir machen den Podcast, ich hau das Thema raus und es war klar, es ist in dir eh schon da, das Thema. Also es ist so flechig. Ohne schmeckt, es ist wirklich flechig, weil ich hatte, ich habe gestern am Abend auch noch wirklich solche, wie gesagt, Sachen zusammengeschrieben und habe mir noch ein paar Gedanken gemacht. Und es war selten, dass ich mir am Sonntag am Abend, ganz ehrlich, ich bin am Sonntag am Abend mehr so der, ich denke oh nix mehr. Das war schon der Impuls, wir machen wollen einen Podcast, der ist zu dir gekommen. Mein Hirn zu deinem Hirn rüber. Und da war es? Connected. Ja. Was soll ich sagen? Okay. Ja, ich frage mich, was ist das heute? Das ist heute wirklich sprachlos, mal wieder. Das heißt, wie machen wir das jetzt dann? Also wir sind ja da ganz frei, es gibt ja keinen fixen Plan, das wissen wir ja eh, aber grundlegend hätte ich mir so überlegt, eine haut einen Satz raus, ich würde sagen, ich schmeiße einen Satz raus, dann schmeißt du mal deine zwei, drei Gedanken dazu, ich meine zwei, drei Gedanken dazu, die nächste schmeißt einen Satz raus. Und ich würde immer sagen, vielleicht wenn ich dir einen Satz sage, hol du gleich deine Impulse, du sagst einen Satz, ich hole meine Impulse und dann legt die anderen noch was drauf. So wird der Plan. Planlos geht der Planlos, ich habe keine Ahnung genau, aber das machen wir ja. Das ist so, gell? Ja. Sind wir bereit? Hauen wir uns rein? Ja sicher, voll, fangen wir an. Mega, also und Wunsch ist auch, ich meine, das ist sowieso klar bei uns, aber so, das Gefühl ist so, da legen wir jetzt nochmal unsere ganze Liebe rein. Für all unsere wundervollen Frauen, Männer natürlich, alle, die da bei uns sind, da kriegen jetzt nochmal alles von uns, was sie jetzt brauchen, über den Sommer, um über den Sommer ohne uns durchzuhalten. Wir sind ja nicht da, wir sind ja nur so, wir sind ja nur fake, wir sind ja nur fake, Gut, dann fange ich an. Wundervollste Schatzelein. Und das ist einfach, es ist mal eines unserer, ich nehme das gleich her, weil wir das so oft gesagt haben und so oft immer wieder kommt und es ist ein ganz ein, eigentlich ist es eine Floskel, aber es ist so wichtig und die Floskel sagt einfach, für jeden Mensch gibt es den richtigen Partner oder auch anders gesagt, für jeden Topf gibt es den passenden Deck, auch für den Mock. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ja, das ist einfach, die Steffi macht einen, pst, ui, es geht mir vorbei. Michael geht gerade vorbei. Michael, komm um, komm um. Jetzt muss ich Hallo sagen. Jetzt sind wir wieder bei dem wie beim letzten Mal. Sagt er wieder nichts? Siehste, was ist los? Ich meine, du kannst eh durchgehen, Michi. Das hat er geschaut mit großen Augen, ganz verbattert. Also, ich möchte was sagen. Und zwar habe ich mir jetzt gerade was gedacht. Ich bin so froh, ich meine, ein Impuls jetzt für uns zwei auch, ja. Ich bin ja so froh, dass wir zwei, weil ich gestern mal wieder gedacht habe, Social Media technisch und so weiter und so fort, dass wir zwei, dass es uns auf Social Media auch gibt, die den Gedanken verbreiten, den wahren, dass es den richtigen für jede gibt. Weil wir ja auch immer auch das Feedback bekommen, dass sehr viele um uns sehr froh sind, wenn sie dann uns finden, den Podcast oder Instagram oder sonstige Geschichten von uns, dass dieser Gedanke ja so aufmacht. Und dass man diesen Gedanken oder diesen Satz liest, den du auch gerade so schön gesagt hast, für jeden Menschen gibt es den richtigen Partner. Und das macht in erster Linie ein total gutes Gefühl, ein erleichterndes Gefühl, ein Puff, Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es da, wenn der daran glaubt, weil ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich glaube, deswegen ist es erstens mal auch so wichtig, dass es uns gibt. Und zweitens auch das Zeichen für dich. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was man sich da mitnehmen kann, dass wenn es aufgeht und wenn es leicht macht und erleichtert, dann ist der Gedanke auch wirklich wahr. Und natürlich ist es oft sehr schwierig, aufgrund von schlechten Erfahrungen. Ich habe jetzt vor kurzem wieder den Kommentar gelesen von einer wundervollen Frau bei uns, die meint, sie hat ihre wahre Liebe schon einmal getroffen und sie hat nicht das Recht, die wahre Liebe nochmal zu treffen. Und diese Liebe gibt es ja nur einmal. Das heißt, sehr viele haben auch den Gedanken, wenn ich den richtigen schon gefunden habe und aus irgendwelchen Gründen haben wir uns wieder getrennt, dann gibt es den nicht mehr. Und ich möchte auch das jetzt noch einmal ganz bewusst aufgreifen, weil das ist nicht wahr. Es gibt den Richtigen, der zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und wenn es schon mal einen richtigen gab als Beispiel, heißt das nicht, dass das dann ausgeschöpft ist, das Ganze. Und wenn es den Richtigen noch nicht gab, na gratuliere, dann kommt er noch. Und erstens einmal sind die Steffen nicht der beste Beweis dafür. Reale Beweise. Und viele kennen ja auch meine Geschichte und dass das eine lange Suche war oder eine lange Selbstfindungsphase mit mir selber, aber es hat sich alles ausgezahlt. Und ich möchte das jetzt noch einmal wirklich auch von uns beiden heraus betonen. Dieser Satz, der kommt aus unseren beiden Herzen, wie die größte Wahrheit, die es auf dieser Mensch, also auf diesem Planeten gibt. Und deswegen stehen wir auch zu 1000 Prozent dahinter, weil es die Wahrheit ist. Und je mehr wir uns für diesen Gedanken aufmachen und je mehr wir uns, wie soll ich sagen, uns es auch selbst wert sind, so richtig den Raum für den Richtigen zu öffnen, desto leichter wird das Ganze auch. Und auf einmal steht er da. Wir haben so viele Liebesgeschichten schon erlebt. Ich habe jetzt erst wieder so eine schöne Liebesgeschichte gehört, Steffi, die habe ich dir noch gar nicht erzählt. Die erzählen wir im nächsten Liebesgeschichtspodcast. Den habe ich mir schon notiert. Wo es wirklich schnippschnapp gegangen ist, aus den witzigsten Umständen heraus, zwei Menschen, die niemals gedacht hätten, dass sie sich finden, erst in anderen Ländern begegnet sind und auf einmal wieder zueinander gefunden haben in Österreich und auch nicht mehr daran gedacht haben immer wieder, dass es das noch gibt. Also ich glaube, es ist so wichtig, auch bei dem Gedanken, sich immer wieder darauf zu fokussieren, welche wunderschönen Liebesgeschichten es gibt, auf welchem Wege Menschen den richtigen Partner finden und sich darauf auszurichten, dass du selbst die Nächste bist, die genau diese Liebesgeschichte passieren wird. Nicht nur passieren kann, sondern sie wird dir passieren. So schön gesagt. Das ist das, was ich jetzt einmal kurz rauslassen wollte. Gut, schön gesagt. Und ich möchte gar nicht viel ergänzen, weil das einfach schon so berührend war. Ich möchte nur noch einen Satz dazugeben. Und ja, auch für den Wok gibt es den Deckel. Ich möchte ihn nur noch einmal betonen, weil immer wieder Frauen dann kommen und sagen, ich bin halt doch so anders und doch so irgendwie so anders als die ganze Welt da draußen ist. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es für mich so außergewöhnlichen, eigenartigen Menschen, der ich bin, wirklich diesen eigenartigen, verbeulten Deckel auch gibt. Und ja, den gibt es. Und da gibt es auch Möglichkeiten der Alufolie und sonstige Dinge. Aber es gibt hunderte Möglichkeiten, hunderte passende Möglichkeiten für den Wok und vor allem die eine, der eine. Voll. Und ich möchte auch noch einmal betonen, weil das auch immer wieder kommt. Es ist ganz unabhängig, bitte, vom Alter. Es kann immer passieren. Es kann wirklich, egal wie alt du bist, weil wir haben letztens die Frage gekriegt, jetzt bin ich schon 38 und es ist noch immer nichts, bitte. Na klar, das kommt noch alles. Oder ich bin 60, kommt der noch? Auf jeden Fall. Das hat auch, es gibt da keine Begrenzung. Die setzen wir uns nur selber, indem wir denken, dass es so ist. Genau. Aber indem wir das wieder aufmachen und wirklich einmal auch uns wieder für den Gedanken öffnen, dass wirklich alles immer möglich ist. In der Sekunde kann das anders sein, das Leben. Genau. Darauf dürfen wir uns ausrichten und das ist ganz wichtig. Und der Richtige kommt sowieso. Das ist klar. Ist so. Gell? Sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir gut. Ich bin jetzt in unserem Dokument, Steffi, nur kurz. Perfekt. Seitennotiz und mach da jetzt da weiter, oder? Wo du willst. Ist das der Plan? Nein, der Plan ist das, was du sagen möchtest. Das sind nur ein paar Gedanken, die ich hingeschrieben habe. Nimm das, was in deinem Kopf steht. Du musst nicht das nehmen. Ja. Das ist nur, das sind nur so. Das sind schöne Sätze. Ich würde trotzdem gerne den Nächsten gleich nehmen, weil der berührt mich schon auch sehr. Macht er mit mir auch was. Und zwar, du bleibst sicher nicht, um gleich da anzusetzen, für immer allein. Und das ist halt auch wieder die Wahrheit. Nicht unsere Wahrheit. Das ist genauso, wie es dir Lila schon so schön gesagt hat. Wie fühlt es sich an, wenn du diesen Satz fühlst? Fühlt es sich? Macht es dich auf oder macht es dich zu? Wenn du weißt, du bleibst nicht für immer allein, bin ich davon felsenfest überzeugt, dass da alles in dir aufgeht. Und deswegen ist es einfach auch die Wahrheit. Und das zu wissen, dass du sicher nicht für immer allein bleibst, ist, wie soll ich sagen, nicht nur das zu wissen, sondern dahin, das zu erfühlen. Einmal einfach diesen Gedanken zu erlauben. Weil es gibt ja diesen Gegengedanken, diese Angst, ich bleibe für immer allein. Für mich gibt es den einen nicht. Ich bin die eine, die wirklich überbleibt. Das kriegen wir auch so oft geschrieben. Wirklich, was ist, wenn ich die bin, die nicht abkriegt? Und genau deswegen kommt dir dann unsere Gegenbotschaft und die lautet, du bleibst sicher nicht für immer alleine. Und das ist auch wirklich so, weil das Universum da draußen, das spinnt ja schon mit den Fäden. Es bereitet ja alles schon für dich vor, damit der Richtige zum richtigsten Zeitpunkt zu dir kommen kann. Und dass du jetzt in dem Moment alleine bist, ist erstens eine Phase in deinem Leben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dazu haben wir jetzt auch einen wunderschönen Beitrag geschrieben. Dieses Gefühl, es ist nur eine Phase, relativiert schon mal alles. Es ist nicht, das ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, dein Lebensende und genau so bleibt es jetzt, sondern das ist jetzt eine Phase in deinem Leben. Und diese Phase in deinem Leben, egal ob die schon ein bisschen länger dauert oder nicht, diese Zeit ist ja auch relativ, das ist auch in unserem Kopf nur drinnen die ganze Zeit. Aber egal, wie lange du jetzt alleine bist, es ist eine Phase. Und diese Phase wird sich irgendwann auch wenden. Diese Phase geht auch irgendwann vorbei. Und genauso ist es da mit dem Alleinsein. Diese Phase des Alleinseins ist vorbei. Und deswegen appellieren wir auch so sehr daran, dass man wirklich auch diese Phase für sich nutzt. Dass man wirklich sich selbst entdeckt, die Freude findet, die Liebe in sich findet. Dass man immer mehr heilt und wächst, weil das einfach so wertvoll ist, dass ich mein Leben gestalte. Dass ich mir ein erfülltes, wunderschönes Leben in der Zwischenzeit gestalte. Weil ich kann, während er noch nicht da ist oder während ich noch alleine bin, kann ich frustriert zu Hause sitzen und mal denken, ich habe ein scheiß Leben. Ich habe überhaupt nichts, was irgendwie rund ist. Ich bin allein, ich bin einsam. Ich habe nichts und niemanden und mein Leben ist beschissen. Ich kann so leben oder ich kann leben, hey, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe ein wunderschönes Leben. Ich habe jeden Tag so viele Stunden zur Verfügung, wo ich mir mein Leben gestalten kann. Wo ich Dinge erleben kann. Wo ich Dinge erforschen kann. Wo ich Dinge ausprobieren kann. Wo ich wachsen kann. Wo ich, weiß ich nicht, mich mit mir selbst verbinden kann. Wo ich nichts tun kann. Das ist eine ganz andere Energie. Also ich darf die Zeit, die Phase des Alleinseins für mich ganz wundervoll nutzen. Und darf darauf vertrauen, dass diese Phase irgendwann vorbei ist. Und dass das Universum in der Zwischenzeit schon meine Liebesgeschichte strickt. Der spinnt schon die Fäden. Die ist schon in Vorbereitung. Der Richtige wartet schon. Genauso wie du. Und der wird kommen. Und wir versprechen dir hoch und heilig mit allem, was wir in uns haben. Weil wir es wissen. Du bleibst sicher nicht für immer allein. Oh Gott. Bravo. Bravo. Danke, ich kriege so keinen Applaus. Bravo. Boah. Ja. Na voll. Alles drinnen gewesen. Ganz ehrlich. Genau darum geht es. Und es geht immer darum, wirklich auch nochmal betont, worauf lege ich meinen Fokus. Was möchte ich glauben? Woran möchte ich glauben? Dass es leicht geht oder schwer ist? Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Dann wird es auch genau so. Du kreierst das. Du kannst dich entscheiden dazu. Du kannst den Gedanken sogar selber wählen. Du kannst dein Köpfchen und dein Herz mit den schönsten Dingen füttern. Ja, also das ist halt unsere Eigenverantwortung wieder, wie wir das machen. Ja, dann würde ich den nächsten Satz gerne aufgreifen, wenn ich darf. Wenn du bereit bist. Und ich nehme wirklich gleich den Nächsten und der ist einfach, der Richtige ist auf anders als gedacht. Was meinen wir denn damit? Was bedeutet denn das? Bist du narrisch? Das ist ja wohl, was wir, wie tolle Sätze haben. Muss ich auch mal wieder festhalten. Schon, gell? Die gefallen mir alle ganz gut. Haben wir schon gut überlegt. Es ist halt einfach auch wieder da so wichtig. Das ist der erste Impuls. Und ich sage es euch ehrlich, bei mir war es nicht anders. Aufmachen für das, was die Liebe dir schenken will. Und das kann sehr oft ganz anders sein als gedacht. Ich schwere, ich habe mir die letzten Tage aus irgendwelchen Gründen heraus, wahrscheinlich für diesen Podcast auch, mir irrsinnig viele Gedanken auf einmal wieder gemacht über meine unter Anführungszeichen falschen von früher. Steffi, kannst du dich erinnern? Ja. War schon was dabei. Ein paar Kandidaten waren wir schon gehabt. Und es haben wir eh schon mal drüber geredet, aber es kommt mir halt jetzt wieder und das passt auch ganz gut da rein, dieses, was man sich selber so manchmal vorstellt, wie er sein muss. Und aufgrund dessen passt man sich da an wie eine Eins. Wenn man denkt, der ist jetzt so, wie ich es mir vorstelle, ist jetzt nicht so rund und das Ganze behandelt mich jetzt auch nicht so optimal, bereit und frei für eine Beziehung ist jetzt auch nicht, aber irgendwie passt es in meine Vorstellung und in meine Fantasie von einem Mann und aufgrund dessen passe ich mich dem Ganzen an. Und das ist halt nicht der richtige Weg. Der richtige ist dann der richtige, wenn du einfach auch, und das ist auch ganz wichtig, weil es sind auch wieder Kommentare, kommen zu dem Thema, wenn du dir keine Gedanken machen musst, du denkst dir nicht, was meint er damit zum Beispiel. Du denkst dir nicht, wird er sich wohl wieder melden? Weil es passiert automatisch und es passiert ganz natürlich und auch da zum Thema Optik und so weiter. Es ist da alles möglich, weil du verliebst dich in eine Seele von einem Menschen und du verliebst dich immer mehr in eine Geschichte von einem Menschen und in seine Charaktereigenschaften, seine nervigen Seiten, seine grenzgenial guten Seiten. Und die sind so oft ganz anders als gedacht, weil sie auch ein bisschen was mit dir zu tun haben, weil sie dich auch dazu bringen, dass du weiter wächst, dass du weiter heilst, dass du deine Geschichten weiter anschaust. Und ich habe auch letztens erst darüber nachgedacht, weil ich den Satz gelesen habe, der richtige, dann erkennst du daran, dass du wirklich total kompatibel bist, so rational das jetzt klingen mag, aber du passt einfach zusammen. Und dann gibt es dann die Momente, wo du dir denkst, das ist ein Wahnsinn, wir passen so gut zusammen. Auch wenn es manchmal reibt, aber auch das passt so gut zusammen. Und das ist das, was man sich oft gar nicht vorstellen kann, was alles eigentlich möglich ist, weil unsere Forschung so begrenzt ist auf eine Art und Weise, wenn es um den Richtigen geht, weil wir da so dieses Kasteldenken haben. Aber was hinter dieser Linie dieses Kastels noch gibt, an Eigenschaften eines Menschen, an Menschen generell, das lernt man erst dann kennen, so richtig, wenn es den Richtigen halt hast. Und das ist, glaube ich, das, was oft anders ist als gedacht. Ich finde das Bild auch mit, was du jetzt gesagt hast, mit diesem Kasteldenken, das war jetzt wirklich eine schöne Metapher, weil es genauso ist, weil wenn ich mir das vorstelle, in diesem Kastel, da geht nur das rein, was in dieses Kastel, in dieses Kästchen passt. Und das ist eine vorgegebene Form, ja, weiß ich nicht, quadratisch, rechteckig, wie auch immer sich dein Kastel da in deinem Kopf sich vorstellt, ja, aber es ist eine vorgegebene Form und das, was da reinpasst, das passt rein. Und da ist ja schon mal der Gedanke, also ich möchte mich in keine Form pressen lassen. Ganz genau. Und das wollen wir hier alle nicht. Wir alle wollen dafür, für unser gesamtes Sein, für alles, was zu uns gehört, dafür wollen ja wir geliebt werden. Und ich denke mir, wie schön ist es, sich auch da aufzumachen und dieses Kastel mal zu sprengen und auch unser Gegenüber, dem Partner, für das zu lieben oder ihn anzunehmen. Ich meine, man muss ja einen Mann, den man gerade kennenlernt, ja nicht gleich für alles lieben, aber ihn mal anzunehmen für alles, was er ist. Und diese Form, dieses Kastel mal zu sprengen und zu schauen, was da denn alles kommt, was sich da denn alles zeigt. Also ich finde es eine mega schöne Metapher, dass wir uns wirklich von diesem Kastel-Denken befreien dürfen, gerade wenn wir bei dem Beispiel der Partnersuche bleiben und uns wirklich da öffnen für alles Mögliche, was uns auch das Liebe-Universum da sozusagen bietet oder zeigt. Und ich möchte auch noch ein paar schöne Sätze dazu ergänzen, nämlich, weil vielleicht erfüllt der Richtige manchmal nicht alle unsere vorab festgelegten Kriterien, sondern überrascht uns vielleicht aufs schönste Weise. Wie schön ist es, einfach offen für das Unerwartete zu sein. Und vielleicht ist der Richtige auch anders als gedacht, aber vielleicht ist er genau das, was du brauchst. Vielleicht ergänzt er dich auf genau diese Art und Weise, die du vorher niemals für möglich gehalten hast und bringt dir dadurch genau diese neue Freude, diese neue Liebe, diese Erfüllung in deinem Leben. Also da sind ja auch wirklich ganz, ganz, ganz viele wundervolle Chancen drinnen, wenn wir es wirklich schaffen, in der Liebe mal uns von Erwartungen, Vorstellungen zu lösen und uns erlauben, uns auf jemanden einzulassen, der so ganz anders ist, als wir es uns vorher mit unserem beschränkten Kastel vorgestellt haben. Das ist vielleicht auch eine Einladung, mal über den Tellerrand zu schauen. Vielleicht ist es auch eine Einladung, mal die Vielfalt des Lebens zu entdecken. Also, große Einladung. Der Richtige ist oft anders als gedacht. Also, wenn ich nur reinspüre, was ich durch den Patrick gelernt habe zu lieben, an anderen Dingen, die ich mir nicht einmal vorstehe können, das ist ein Spektrum, das ist riesengroß. Riesengroß. Also, und ich hätte mir damals von meinem Kastel heraus oder von meinen Vorstellungen heraus, wie es hätte sein sollen, sowas gar nicht vorstellen können. Weil der Verstand ja auch so begrenzt ist, muss man da sagen, wir leben ja da ein bisschen an einem Kastel drinnen. Aber wenn wir dann beginnen, da in unserer Herzeit zu hören und uns das so aufzumachen, für alles, was das Universum bereithält, wir kriegen echt geilste Sachen. Ja. Das muss man halt wirklich sagen. Vor allem, ich möchte jetzt auch noch etwas ergänzen, weil das so wichtig ist, was du jetzt wieder gesagt hast, weil es ist ja in Wirklichkeit, der Richtige ist oft anders als gedacht. Und wenn wir da sozusagen beim Kennenlernen, das ist erst der Einstieg, weil der Richtige, es geht dann darum, in Richtigen wollen wir ja auch zusammenbleiben, eine Beziehung führen. Und so wie du es auch bringst, erzählst, dass du mit dem Patrick so viel gelernt hast, das ist ja bei uns nichts anderes. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast erzählt, auch der Michi und ich sind ja grundverschieden. Und auch wenn man sich unsere Horoskope anschaut, wir passen gar nicht zusammen, weil wir auch manchmal so Fragen bekommen, weil das Sternzeichen passt nicht, ist das ein Ausschlusskriterium, ganz im Gegenteil. Also wenn man sich unsere Horoskope anschaut, würde es gar nicht gehen zwischen Michi und mir. Michi und ich sind wirklich grundverschiedene Menschen, schwarz und weiß. Das ist also so unterschiedlich, wie man denken kann und sehen kann und Entscheidungen treffen kann. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil genau das ist unser wichtigstes Potenzial. Daran wachsen wir beide so extrem aneinander, weil natürlich er ganz andere Gedankenimpulse hineinbringt als ich und natürlich auch umgekehrt. Und genau das lässt uns wachsen. Aber genau das ist aber auch die große Aufgabe. Weil genau daran, das kann ich jetzt aus bartherapeutischer Erfahrung sagen, scheitern ja so viele Beziehungen. Es scheitern die Beziehungen ja so oft daran, dass... Lila, alles okay? Ja, ich suche gerade einen Satz, den ich mir aufgeschoben habe zu dem Thema, nämlich... Ich glaube, du bist weg. Eingeschlafen meinst du das? Ausgestiegen. Gut, nein, gar nicht. Nein, das hat mich jetzt sowas an was erinnert. Bitte erzähl weiter. Hat mich jetzt kurz rausgebracht. Weil genau das, daran scheitern so viele Beziehungen, weil sie gern hätten, dass der Partner so ist wie man selbst. Und da ist ein komplett anderer Mensch. Der ist nicht so wie wir. Und das zu lernen, dass wir lernen, zu akzeptieren, dass er komplett anders ist als ich, dass er komplett anders denkt als ich, dass er komplett andere Entscheidungen trifft als ich, dass er sein Gabel anders haltet als ich, dass er aus dem Bett anders aussteigt als ich. All diese Dinge gilt es zu lernen, zu akzeptieren und anzunehmen. Und das ist eines der wichtigsten Schlüssel auch für eine dauerhafte, langfristige Beziehung. Weil am Anfang ist es schon mal lustiger als so anders, als ich mir vorgestellt habe. Er ist vielleicht drei Zentimeter kleiner oder keine Ahnung was. Spannend wird es dann in der Beziehung, wenn dann diese Andersartigkeiten kommen. Und wenn man dann beginnt, am anderen herumzudoktern und herumzuschrauben, weil ich ihn gerne so hätte, wie ich es mir vorstelle. Und da beginnt dann die Beziehung zu kippen. Und das ist ganz wichtig. Dieses Richtige ist auf die anderen Seite gedacht, ist ein Schlüssel, der sich durch die ganze Lebensbeziehung durchzieht. Also ja, das wollte ich noch kurz. Vollkommen richtig. Jetzt sehe ich das auch. Tausend Prozent. Tausend Millionen Prozent. Komme ich jetzt dran, oder? Ja. Weil ich habe mir da auch nämlich was rausfotografiert. Das hätte ich nämlich jetzt auch gern. Und zwar, was haben wir denn da? Das passt nämlich auch gerade ganz gut dazu. Ich glaube, jetzt gehen wir mal kurz in eine andere Richtung. Ich weiß nicht, ob es auf deiner wunderschönen Liste steht und wenn ja, ist auch egal. Du bist so viel mehr wert, als in einer On-Off-Beziehung, Affäre oder Freundschaft bloß festzustecken. Und ich möchte das noch einmal wirklich ganz klar betonen. Du bist so viel mehr wert, als, ich fasse es mal so zusammen, bei einem falschen Haberer festzustecken. Ganz, ganz wichtig. Ja, dann ergänze ich gleich einen schönen Satz da hinein, weil du verdienst das große Ganze. Du bist so ein wundervolles, einzigartiges Wesen, das so viel mehr verdient, als in einer Affäre, Freundschaft bloß oder anderthalb warmen Geschichte festzustecken. Du bist so viel mehr wert, als dich auf so halbwarme Sachen überhaupt einzulassen. Und wenn es dich da wischt hat, weil du dich verliebt hast, darfst du auch wirklich deinen ganzen Wert wieder finden und entdecken und deinen Stolz wieder entdecken und dich daraus befreien. Weil dein Wert geht so viel weiter, als so eine vorübergehende, halbwarme Verbindung geht es weit darüber hinaus. Und du bist so ein wundervolles Wesen, das so die absolute Fähigkeit in sich trägt, tiefe und bedeutungsvolle Beziehungen zu führen. Und das, diese oberflächlichen Geschichten, diese Affären, Freundschaft bloß, was haben wir denn da alles? Die Bröser, die Guster, sie sind alle bei uns um uns herum. Und genau das spiegelt dir nicht deinen Wert. Du verdienst eine Partnerschaft, du verdienst einen Mann, der vollkommen verrückt nach dir ist, der dich mit Haut und Haar will. Und den gibt es, den gibt es. Für den musst du aber Platz machen. Weil wenn du dich auf das halbwarme Einlass, ist der Platz besetzt. Das ist wirklich wie, es ist faszinierend, wenn wir Frauen aus Affären heraus, zum Beispiel aus Affären heraus begleitet haben, die ewig lang in Affären gesteckt sind und gesagt, es gibt sonst niemanden. Ich habe nur den. Wenn ich den loslasse, bin ich ganz allein. Es zeigt sich kein Mann. Ich bin seit drei Jahren in dieser Affäre. Es flirtet sonst niemand mit mir. Es spricht mich sonst niemand an. Ich bin einsam und allein. Und wenn dann der Schritt geschafft, vollzogen wird, dass sich diese Frau aus dieser Affäre lösen kann und dann sich Zeit gibt, um natürlich das zu verarbeiten, weil das hinterlässt natürlich auch Spuren. Es ist nicht zu unterschätzen. Ja, auch so Freundschaft plus diese ganzen Geschichten. Das macht ja was mit uns. Umso länger wir vor allem da drinnen sind, macht es was mit uns. Und wenn diese Frauen es schaffen, sich daraus zu lösen, ist es ja so faszinierend, wo dann plötzlich sich die Männer zeigen, wo sie rauskommen, wo sie angesprochen werden, weil plötzlich Platz ist, weil sie eine Entscheidung getroffen hat, weil sie entschieden hat, mein Standard ist kein Bröselverteiler. Mein Standard ist keine halbwarme Geschichte. Mein Standard ist keine Affäre. Mein Standard ist ein Mann, der mich mit Haut und Haar will. Mein Standard ist das große Ganze. Ja, da sende ich ja ganz was anderes ans Universum aus. Also wenn ich sage, ja, liebes Universum, ich gebe mich damit zufrieden, dass ich da einen Havara an der Seite habe, der sich ab und zu mal meldet, der mir ab und zu mal Aufmerksamkeit gibt, der mir ab und zu mal Nähe gibt. Ja, dann kriegst du nicht mehr. Aber wenn ich sage, so stopp, ich bin eine Göttin, ich bin eine Königin, ich bin eine Frau, die ihren Wert kennt. Ich bin eine Frau, die das große Ganze verdient. Und ich scheiße auf all den kleinen Schaß, der mir da vor die Füße klickt. Die springen nicht mehr an. Dann zeige ich dem Universum, was da wirklich Sache ist, für was ich bereit bin. Dann halte ich meine Hände auf und das Universum schüttet aus vollen Eimern, schüttet das Universum Liebe, Beziehung, alles kriegen wir dann. Aber ich darf den Schritt auch setzen. Also meine ersten Impulse. Wir glauben ja auch immer wieder, wenn wir uns trennen, also so von falschen Männern lösen, wird es noch schlimmer. Man nimmt halt das, was halt da ist, damit ich auch wenigstens nicht allein bin. Und das ist nicht der wahre, richtige Zugang. Ja, genau. Und vielleicht auch ganz wichtig noch, der richtige ist es auch immer wert, der zukünftige richtig ist, es ist immer wert, dass du dich vom Falschen löst. Unbedingt. Und wenn wir in uns hineinhören, wir Frauen, in unser Gefühl, in unsere Intuition, in unser Herzsaal, spüren wir ganz genau, was richtig und was falsch ist. Wer wirklich zu uns passt und wer gar nicht zu uns passt. Bei wem wir uns anpassen müssen, dass es funktioniert. Wem wir hinterherlaufen müssen, dass es funktioniert. Wem wir dazu vielleicht überzeugen müssen, dass es funktioniert. Und nicht, wo wir uns zurücklehnen, entspannen. Das sind die Impulse, wo es um den richtigen Mann auch geht. Der, der das in die Hand nehmen möchte. Und ich will nochmal betonen, der dich auch als Mensch kennenlernen möchte, wo es nicht nur um die Bumserei geht. Das sind die Sachen, worauf wir uns ausrichten dürfen. Und wenn du dir die Beziehung möchtest, wonach sich dein Herz aussehnt, dann hilft es nichts. Du musst einfach zu dem Mann auch Nein sagen, der dir das nicht gibt. Entweder nicht geben will oder nicht geben kann. Und der Punkt ist einfach, es wird nicht das erfüllt, was du eigentlich so gern hättest. Und deswegen ist es einfach so, so, so wichtig, wirklich wichtig, zu all dem Nein zu sagen, was dir nicht richtig anfühlt. Und glaubt uns, da draußen, du wirst so viel was Besseres bekommen, als was du dir auch vorstellen könntest. Der Richtige ist nicht nur oft anders als gedacht, sondern auch viel besser. Das muss man halt auch nochmal sagen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Es wird noch besser und noch besser und noch besser. Und du brauchst wohl gar nichts Angst haben, weil, wie gesagt, so wie es die Steffi schon so schön gesagt hat, sobald du die Entscheidung für dich triffst, dass du das verdienst, wonach du dich sehnst, kommt das Universum und sagt, na Gott sei Dank, endlich. Wirklich? Ähnlich, dass du da verstanden bist. Wirklich, das gibt es ja nicht. Wie lange brauchst du denn bitte? Jetzt mach auch einfach. Das ist ja gar nicht so schwer. Ja, aber das ist gut, was du sagst, Lila, weil grundsätzlich, wir glauben ja, wie lange braucht denn das Universum? Aber in Wirklichkeit liegt es bei uns. Wir blockieren das. Und da dürfen wir wirklich auch, das ist ganz, ganz, ganz super, was du jetzt gesagt hast, weil ich glaube, da dürfen wir auch hinspüren und mal, wo blockiere ich denn den Fluss des Universums noch, wo sage ich zu etwas Ja, was aber nicht das ist, was meinem Standard entspricht, was meinem Gefühl, meinen Bedürfnissen und so weiter, meinen Werten entspricht. Wir sagen ja auch oft, der Richtige ist oft nur einen letzten Glaubenssatz von dir entfernt. Ja, genau. Und das ist halt auch so eine Geschichte. Und das ist ja auch schon wieder so super cool, was du jetzt auch nochmal aufgriffen hast, weil das liegt dann wieder an unserer Verantwortung. Total cool. Ja, also wir brauchen uns da nicht, was ja nicht, das Universum hilft uns schon, unterstützen und so, ja. Aber in Wirklichkeit haben es wir in der Hand, wie wir es gern hätten. Das dürfen wir niemals unterschätzen. Und wenn ich noch immer glaube, dass der Bröselverteiler noch der Richtige werden könnte, dann ist es ein Glaubenssatz. Ja. Und dann ist da noch immer ein Glaubenssatz zwischen dir und deinem Richtigen. Ja, genau. Wenn du für dich denkst, ich verdiene das Große, Ganze und der Richtige wird kommen, das ist auch sehr guter, positiver Glaubenssatz. Und der macht halt dann ein Türchen mehr auf als ein Türchen mehr zu. Und dessen dürfen wir uns halt auch immer bewusst sein. Das liegt schon alles bei uns. Absolut. Und auch wenn, ich möchte noch was Schönes ergänzen, und auch wenn es jetzt vielleicht in dir sagt, ich kann aber den Glaubenssatz noch nicht loslassen, ich verdiene das Große Ganze, aber ich kann den Glaubenssatz noch nicht ganz glauben, ich verdiene das Große Ganze, dann darfst du auch einen Zwischenschritt machen. Dann darfst du dir aber zumindest bewusst machen, dass das, Brösel da, die Affäre, die Freundschaft plus, das darfst du schon mal wissen, das ist nett. Das ist nicht das, was du verdienst. Also wenn du noch nicht weißt, dass du das Große Ganze verdienst, versuch dich mal damit so auseinanderzusetzen, dass es das zumindest mal nicht ist. Da gibt es noch was. Also das ist noch zu wenig. Das wäre vielleicht einmal so ein Brückengedanke, dass wir dann dorthin kommen, zum Großen Ganzen. Voll. Bin ich dran? Komplett. Der nächste Satz? Ja, keine Ahnung, ich bin jetzt einfach auch so, stock nur, die Folge. Kommt jetzt einmal alle aus der Tasse. Wirklich? Scheiß. Aus mit euch? Wirklich, ihr braucht euch nur für eins entscheiden, und zwar, dass ihr das Große Ganze verdienst. Mehr braucht es nicht tun. Du brauchst nicht mehr tun. Und das ist auch immer diese Geschichte dahinter. Wir glauben ja dann auch wieder, wir machen das und das und Gott, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß so viel. Ist bitte alles verständlich. Und ich möchte nochmal wirklich betonen, ich kenne das. Ich war da auch einmal drin. Aber jetzt im Nachhinein, es gibt nur eine Entscheidung zu treffen. Und alles andere wird von selber passieren. Und der Richtige kommt doch dann von ganz von selbst. Einmal steht auch da. Und du denkst, das ist ein Wahnsinn, es hat echt funktioniert, was die Laufsichtes immer sagen. Und ja, es ist wirklich so. Also wie oft kriegen wir Nachrichten, wirklich gefühlt manchmal, nicht gefühlt, manchmal wirklich. Wir haben Frauen, die begleiten uns Jahre schon. Und wir bekommen jahrelang Nachrichten, das wird nichts, der ist immer noch nicht da, bin wieder in Angosta geraten, glaubt, das könnte jetzt sein, war wieder nichts. Also die uns da wirklich so ein bisschen mitnehmen in ihrem Prozess. Und plötzlich, wir kriegen hunderte Nachrichten, alles ist schwer, alles ist scheiße, der Richtige ist nicht da. Und plötzlich, aus dem Nichts heraus, die haben nicht daran geglaubt, 0,0, wir haben uns auch in den Nachrichten teilweise dem Mund fußelig geredet, sie aus der Opferhaltung hundertmal wieder rausgeholt und so weiter. Nein, komm, aussie wieder noch mit dir, du gehörst da nicht rein, du bist eine Göttin, vertrau drauf, babababa. Und auf einmal hunderte Nachrichten, scheiße, schwer, das wird nichts. Und auf einmal kriegen wir drei Monate, vier Monate keine Nachrichten und auf einmal kommt die Nachricht. Auf einmal stand er da, wir sind seit vier Monaten zusammen, es ist so leicht, es ist so schön. Gerade heute wieder haben wir zwei, drei drinnen in den Nachrichten, genau so sind die gelaufen. Das gibt es nicht, das darf nicht wahr sein. Die Punkti, 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 ist in einer fixen Beziehung, schau dir das an, so wie wir es immer gesagt haben. Und genau so ist einfach, das ist so, der kommt dann zum richtigen Zeitpunkt und dann plötzlich so viel schneller, als ich überhaupt geglaubt. Wirklich. Wirklich. Das ist absolut richtig. Gut, wer ist denn dran? Ich, glaube ich, gell? Hau, es ist einfach. Dann würde ich gerne, ich nehme jetzt das Thema, lass dir beim Daten Zeit. Stichwort Slow Dating. Warum ist das so wichtig? Was haben wir uns dabei mal gedacht? Damit du dich nicht wieder verstrudelst. Schöne Frau. Sagen wir es auf österreichisch, verstrudeln, aka. Dass du dich da wieder verhetterst in einem Netz voller Glaubenssätze und Hoffnungen und so weiter und so fort. Und wir haben ja auch wirklich, wenn du einen Mann kennenlernst, du brauchst ja null Stress machen. Null. Weil oft ist natürlich dieser Glaubenssatz da, dieses, der war nicht schlecht, den schnappe ich mir, den behalte ich mir und ich tue jetzt alles dafür, dass der bleibt. Das ist nicht Slow Dating. Slow, muss man sagen. Slow Dating ist wirklich, ich schaue mir das einmal an. Ich schaue mal, wie ich mich nach dem ersten Date fühle. Ich schaue mal, ob es für mich ein zweites Date gibt. Oh, und dann schaue ich einmal, ob es für mich ein drittes Date gibt. Und das Schöne ist, je länger wir uns Zeit lassen, desto besser können wir natürlich einerseits diesen Mann kennenlernen und schauen, ob das passt für uns, gegenseitig natürlich. Und wir können uns auch selber ein bisschen besser wieder anschauen, orientieren, den Fokus auf uns richten, weil wir verlieren uns dann oft, wir kennen das alle, da ist jemand, der gefreut uns und auf einmal ist das so ein bisschen so, der Fokus nur mehr auf ihn. So, Scheinwerfer, runter, der ist und oh mein Gott und so weiter und so fort. Beim Slow Dating geht es auch definitiv darum, dass du dir dazwischen immer wieder auch pausen gönnst, um einmal in dich hineinzuhören. Wie geht es dir jetzt gerade damit? Wie fühlt sich das für dich an? Und natürlich auch darum, dazwischen auch dein Leben zu genießen. Nur weil da jetzt einer ist, heißt das nicht, dass du alles umkrempeln musst. Bitte vergiss das nicht, sondern es geht noch immer um dein Leben und dann kann sich alles auch so natürlich entwickeln, wie es vorgesehen ist. Und eins noch, wir tappen auch nicht in, wir haben. Ja, Stefan, ich sage es. Das wollte ich sagen, Projektionsfalle. Und noch eine, welche Regel haben wir noch? Die Bums, nicht so schnell Regeln. Richtig. Klingelingeling. Projektionsfalle, aka, du glaubst, der ist, weil er aus deinem Kopf heraus etwas darstellt, was so gut passt. Und oft ist es ja auch nur ein Zitat auf Tinder, das einfach so gut passt. Das muss auch sein. Und das ist aber gar nicht. Und parallel natürlich steigen wir nicht so schnell mit ihm in die Hapfen ein, weil auch da können wir uns halt verdammt schnell verlieren. Also wenn du damals früh Sex hast und du bist noch gar nicht bereit und du denkst, du musst das tun, weil sonst ist er wieder weg oder du bist nicht mehr interessant oder sexy genug oder er holt sich eine andere, dann hast du dich halt schnell verloren. Und deswegen ist Slow Dating essentiell. Und ich würde wirklich sagen, für jede von uns. Es gibt ja wohl nichts Besseres, als sich ganz in Ruhe entspannt mit Leichtigkeit kennenzulernen. Ganz ehrlich, um die ganze Zeit, unser ganzes gemeinsames Leben, wenn es der richtige ist, dann geht es eh darum, dass wir das ganze Leben noch miteinander haben. Also können wir ja die Kennenlernphase so ganz entspannt uns entspannen. Ja, vor allem auch, ich meine, das hast du wirklich schön gesagt, ich meine, die Kennenlernphase kommt nie wieder zurück. Ich kann euch das jetzt sagen. Bitte, der Michi und ich haben heuer unser 26-Jähriges. Also kennengelernt haben wir uns nicht mehr neu. Also ich meine, schon, wir haben uns immer wieder verändert, aber die Kennenlernphase ist die Kennenlernphase und die darf ja auch wirklich ausgekostet werden. Das ist einfach noch anders und die kommt nicht mehr, mit diesem Mann nicht mehr. Wir haben Phasen des Verliebtseins und alles, aber diese Kennenlernphase, die war nur einmal. Und wie schön ist es, die zu genießen und sich beim Daten nicht da durchzuhetzen, bitte. Wir dürfen doch einfach geduldig mit uns sein, wir dürfen uns Zeit geben, wir dürfen unsere Bedürfnisse entdecken. So wie du es so schön gesagt hast, spüren mal, wie fühle ich mich denn gerade mit diesem, was geht da gerade ab? Das ist ja auch das, was die Lila und ich so stark brauchen. Bei uns geht es jetzt gerade nicht ums Daten, aber wir lernen ja gerade ganz viele neue Dinge kennen, wie, weiß ich nicht, zum Beispiel unser Fernsehauftritt im ORF. Und wir brauchen dann aber einfach dafür, wir können da nicht durchhetzen. Wir müssen das verarbeiten, wir müssen da Schritt für Schritt gehen, wir müssen dann drüber reflektieren, wir brauchen dann Pause, wir müssen fühlen, wie hat sich das für uns angefühlt? Wollen wir das nochmal? War das stimmig für uns? Was wollen wir, was haben wir daraus gelernt? Und genauso ist es beim Daten auch. Wir dürfen uns Zeit lassen, auch zwischendurch zu reflektieren, hinzuspüren, durchzuatmen. Nicht da durchzugaloppieren und man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist, sondern da wirklich kurz mal Pause machen, kurz mal atmen und wirklich auch diesem Lebensprozess vertrauen. Wahre Liebe braucht Zeit, um zu wachsen. Wir müssen nicht übermorgen wissen, dass wir fix zahm sind. Es darf sich bitte entwickeln. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass sich das ganz entspannt und richtig entwickeln wird. Also, absolute Herzenempfehlung von uns für Slow Dating. Lass dir einfach Zeit, diesen Mann in Ruhe kennenzulernen. No Stress, bitte. No Stress, no Drama. Vergiss es, brauchst nicht. Ach so, Stille, ich komme. Ach so, ja. Nicht so den Überblick, Merke. Okay, ich würde gern was machen und zwar, ich habe jetzt zwei Ideen. Ich nehme mal noch den Satz, weil der auch so gut dazu passt und ich finde, wir sollten dazu was sagen. Wenn du einen Mann nicht im realen Leben kennengelernt hast, kennst du ihn nicht. Bitte. Dazu haben wir ein ganz tolles Kapitel in unserem Buch. Möchte ich gleich vorab sagen. Also da, aber es ist ein, wie soll ich sagen, ein heikles Thema, ein sensibles Thema, weil wir das immer wieder mitbekommen. Und es ist einfach, gerade in Zeiten wie diesen, in Zeiten des Internets ist es so schwierig. Man lernt irgendwo auf Social Media oder auf irgendeiner Datingplattform einen Mann kennen, unter Anführungsstriche. Dickes, fettes Anführungszeichen, bitte. Und man schreibt mit dem und das ist total nett und man tauscht sich aus und von Tag zu Tag wird das irgendwie intimer und persönlicher. Man hat das Gefühl nach einer Zeit, man kennt sich schon und man ist so vertraut und man kann über Dinge sprechen, die man sonst eigentlich noch nie gesprochen hat. Und man hat das Gefühl, er öffnet sich auch so sehr und er erzählt Persönliches, ich erzähle Persönliches, er erzählt Intimes, ich erzähle Intimes. Und irgendwie entsteht da eine Beziehung mit einem Menschen, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, den ich nicht kenne, wovon ich nicht weiß, wer er ist, wie er ist. Und da geht wirklich bei uns ein ganz großer Alarm hoch, weil wir es beobachten, dass es immer häufiger vorkommt, dass sich Frauen immer häufiger darin verlieren. Ganz besonders, wenn man schon lange allein ist, ganz besonders, wenn der Selbstwert vielleicht ein bisschen angekratzt ist, dann tappt man ganz, ganz, ganz leicht in diese Falle. Aber es ist einfach für uns essentiell, wenn du einen Mann im Internet kennenlernst, dann ist so unser Prozess, ein paar Tage schreiben, aber nichts zu Persönliches. Da geht es wirklich eher um abzuklären, ist da eine Sympathie da und wollen wir uns treffen, wann und wo. Dann kann man vielleicht so als Zwischenschritt mal telefonieren, zwei Tage geschrieben, drei Tage geschrieben, dann lass uns mal telefonieren, Stimmen mal hören. Cool ist auch Facetiming, geht natürlich auch, muss man sich wohlfühlen, Lila und ich fühlen uns nicht so wohl mit Facetimen. Nein, das schaut ja anders aus. Das ist ein anderes Ich. Also dann… Ich habe eine absolute Gesichtsdeformation, wenn ich Facetime. Das ist ein siebfach Kinn, auf einmal. Ich meine, ich schaue jetzt ein bisschen mehr Wurden in den letzten Jahren, muss man schon so gestehen, aber siebfach ist nur bei Facetimen. Also die Lila und ich, das müssen wir mal separat erzählen. Also ab und zu drückt eine unabsichtlich auf den Facetime-Button, wie auch immer das passiert, und dann ziehen wir es auch durch. Aber es ist einfach… Also wir erkennen uns gegenseitig nicht wieder. Also Facetime macht nochmal extra was mit uns. Lass uns mit Facetimen lieber. Nicht ins Positive. Wir sind gegen das Facetimen. Nein, also wie auch immer. Aber telefonieren und dann im nächsten Schritt geht es darum, dass man sich, ich sage jetzt mal, in den ein bis zwei Wochen maximal, wirklich, trifft man sich und man lernt sich mal im realen Leben kennen. Man beschnuppert sich, man schaut sich an, wie schaut er aus, wie riecht er, wie ist seine Gäse, wie ist seine Mimik? Das geht alles im Internet nicht, im World Wide Web. Es funktioniert virtuell nicht. Es fallen so viele Parameter weg. Und vor allem, wie oft werden Menschen bitte beschissen, betrogen. Der sitzt irgendwo in Djibouti, der sitzt irgendwo im Busch. Das ist eine Frau oder ein Hasserl, ein Fuchserl, ein Pferdgaul. Keiner Insider, das werden alle wissen, wenn sie das Buch gelesen haben. Aber ja, wir wissen nicht, wer der ist. Und deswegen ist es wirklich essentiell und auch essentiell zu wissen, ein gesunder, ich weiß, das Wort mögen viele nicht, aber mit gesunden Mann meinen wir einfach einen beziehungsfähiger, ganz normaler Mann, der nicht irgendeinen Beziehungsschaden hat, weil der ist dann nicht gesund. Also ein ganz normaler Mann möchte auch eine Frau im realen Leben kennenlernen. Der hat kein Interesse in einer Brieffreundschaft, der hat kein Interesse, sich da einfach irgendwie da ewig lang mit einer herumzuschreiben, weil da ist sonst irgendwas im Busch. Entweder hat der eine Frau zu Hause und dem ist einfach nur Fahrt und der holt sich ein bisschen Aufmerksamkeit und Ablenkung und Bestätigung von außen. Oder der ist irgendwas ganz anders. Der ist gar kein, so wie wir es gesagt haben, er ist gar kein Mann. Er ist ein Gaul oder sonst irgendwas. In der heutigen Zeit ist alles möglich. Ich will nur auch nochmal hinzufügen, es geht ganz viel gerade um künstliche Intelligenz. Es können sich hier auch Katzen hinsetzen und die verwandeln sich. Und ich habe da gestern erst einen Beitrag geschickt, es gibt jetzt wieder die Ehe, wo eine künstliche Intelligenz geheiratet hat. Also die heutige Zeit ist schon voller Überraschungen, muss man sagen, deswegen, um ganz am Boden zu bleiben, auch da wieder zum Thema Slow-Dating. Lass der Zeit und find wirklich heraus, ob es ein Mann ist. Ja, wer ist, wirklich. Ja, ist so. Aber es ist ja auch, man muss ja auch sagen, man kennt ja auch den Menschen nicht nach dem ersten Date zum Beispiel. Man kennt ihn auch nicht nach dem zweiten und auch nicht nach dem dritten. Man lernt ihn weiterhin kennen oder man beschnuppert sich. Aber ich habe einen Mann kennengelernt, das dauert, der Satz, per Monat. Ja. Muss ich schon sagen. Und das auch funktioniert nicht über Brieffreundschaft und Hin- und Hergeschreitungen. Na, bitte nicht. Also das ist wieder ein Standard auch, den man sich halten darf. Ja. Bin ich dran, gell? So ist es. Ja, hau es in einen Satz. Nehmen wir noch einen, ja. Was nehmen wir denn dann noch? Ja, vielleicht ganz was anderes. Ja, super. Ganz was anderes. Das ist eine ganz andere Richtung. Und zwar, dein Körper ist nicht dazu da, um schön zu sein. Ja. Ja, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und immer wieder dürfen wir diesen Satz betonen, weil es immer wieder noch Themen gibt, dass man sich auch begrenzt, dass der Richtige nicht kommt, weil ich optisch nicht, den Vorstellungen der Gesellschaft entspreche. Und ich sage euch eins. Oder wir sagen euch eins. Das ist auch nicht wahr. Nullkomme, Josef. Bitte. Der Körper ist nicht da, um schön zu sein. Der Körper ist dein Zuhause. Der gehört umsorgt, gepflegt. Der gehört mit gutem Essen und manchmal auch mit einem Scheißessen umsorgt, weil es einfach manchmal leibernd ist. Und es ist einfach so wichtig, dass diese Scheiße mit diesen blöden optischen Klischees endlich einmal ein Ende hat. Wirklich. Ich kann das schon selber nicht mehr sehen und nicht mehr mehr hören. Und ich habe es mir jetzt wieder gedacht, wie wir auf Urlaub waren, am Strand, wenn du da liegst. Und selbst ich denke mir manchmal meinen Teil über mich. Und erwische mich bei Gedanken wie, naja, letztes Jahr haben wir nur einen anderen Bikini gebraucht so auf die Art, ja, dieses Jahr ist es ein bisschen ein größerer, gell? Und man dann kurz reinkippt in so eine kleine Selbstkritik, in eine Verurteilung und dann denke ich mir, na, servus, wo kommt denn der Scheiße jetzt her? Bitte, ja. Und da dürfen wir uns immer wieder bewusst rausholen, weil das erstens einmal gar nicht nett ist, was mit dir selber macht, ja, und weil es einfach nicht wahr ist. Es ist scheißegal, wie wir alle ausschauen. Es ist scheißegal, was uns auszeichnet, uns ausmacht. Es geht immer darum, wie wir uns wohlfühlen wollen, wie wir auf uns achten wollen auch, auf unsere Seele auch achten wollen. Und niemals darum, bitte, was da die Optik macht und ob wir uns da nochmal perfektionieren müssen. Und es wird eh immer schlimmer, auch mit den jungen Mädels, die sich da immer mehr orientieren an Schönheitsidealen, die nicht einmal real sind. Wir haben das schon oft angesprochen, dass es eben auch die gefilterten Social-Media-Kanäle, diese, ich habe letztens erst wieder eine gesehen, die heiratet in zwei Wochen und hat sich das Ziel gesetzt, dass sie in zwei Wochen noch, weiß ich nicht, sieben und halb Kilo abnimmt und einen gescheiten Arsch sich antrainiert, damit sie bei der Hochzeit wirklich schön ist. Da habe ich mir gedacht, na bravo, das ist sicher nicht das Ziel, worum es geht, gell? Wirklich. Und so viele orientieren sich daran und das ist wirklich unfassbar schade. Und das ist sicher auch einer unserer Aufträge, Pfeffilein, gell? Dass wir immer wieder daran erinnern. Und wenn die Hose zwickt, dann kaufst du halt einfach eine grässere. Ja, ganz genau. Nicht mehr gibt es zu tun. Ja, das ist so. Und ich habe mir auch jetzt wirklich für meinen Urlaub ganz fest vorgenommen, es wird von Jahr zu Jahr besser. Aber so wie du sagst, so Gedanken kommen schon noch immer wieder. Vor allem auch, na der Körper verändert sich ja auch. Ich meine, ich werde jetzt 44. Ja. Das ist ja anders, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ich meine, ich habe keinen Körper mehr von einer 25-Jährigen. Die Haut ist anders, es ist einfach so. Ich sehe auch bei meinen Händen zum Beispiel, ich sehe, meine Hände verändern sich. Es ist alles normal, ich nehme es einfach nur wahr. Weißt du, ich meine, dass sich einfach auch ganz normale, mit Alter Veränderungen passieren. Es passieren Gewichtsveränderungen, der ganze Körper, die Proportionen sind irgendwie anders. Und ich merke halt einfach, ich habe in den letzten Jahren so viel, bin ich ja schon so sehr bei mir angekommen und nehme meinen Körper so gut an. Aber es kommen natürlich immer wieder noch so blöde, alte, dumme Gedanken hoch, die einfach so in uns drinnen sitzen, in uns Frauen. Man muss einfach auch wirklich ehrlich sagen, das ist so tief eingeimpft und dieses Schönheitsthema, da haben sie uns echt einen ganz schönen Schaden verursacht. Die ganze Gesellschaft, die Medien und so weiter und so fort. Und sich daraus zu befreien, ist auch für Frauen wie uns, die schon so lange daran arbeiten. Wir sind ja da, wir arbeiten ja schon wirklich, gerade mit unserem Studium, es hat ja schon so früh angefangen, dass wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen und dass wir ganz viel Selbsterfahrung machen und ganz viel, wir waren in Therapie und in Coachings und haben an uns selbst erfahrungsmäßig gearbeitet. Also wir arbeiten schon lange dran und selbst uns, da wischt es immer noch so ein bisschen. Und ich habe mir aber wirklich für meinen Urlaub jetzt vorgenommen, dass mir es noch mehr wurscht ist. Voll. Dass ich mit vollem Selbstbewusstsein einfach meinen Bikini trage oder deine Lila. Ja, ist schon gewaschen. Danke. Und ist schon eine Waschmaschine, super. Aber ich möchte nicht mir überlegen, wie schaut mein Bacherl aus, wie schaut mein Popschel aus, wie schaut meine Haut aus. Ich möchte, dass es mir vollkommen wurscht ist. Ich möchte nicht von der Liege aufstehen und mir sofort was umbinden. Ich möchte einfach aufstehen. Es ist mir egal, wenn 700 Menschen hinter mir liegen und mich anschauen, die Sonne im besten Licht auf meinen Arsch knallt und die Zellulite sind richtig geil abgezeichnet werden, möchte ich, dass mir es wurscht ist. Ich möchte einfach ganz normal da gehen. Ich möchte meinen Körper, der nicht dazu da ist, um schön zu sein, möchte ich einfach ganz entspannt am Strand bewegen und ins Wasser reinlegen und keine Ahnung was, ohne dass ich mir Gedanken mache, ist mein Körper schön. Er muss nicht schön sein. Mein Körper ist stark, er ist gesund, er ist wundervoll, der tragt meine Seele in sich, der macht es, dass ich mich bewegen kann. Der schützt mich auch einfach. Ja, all das, aber mehr muss er nicht sein. Er muss nicht mehr sein. Und das ist heuer mein großes weiteres, wie soll ich sagen, das nehme ich mir für mir selbst vor, dass ich den Gedanken, mein Körper muss schön sein, wenn da irgendwas kommt. Das trage ich mir selber ab. Ja, total unnötiger Schaffige. Dein Körper ist nicht dazu da, um schön zu sein. Punkt. So wäre ich in Urlaub genießen. Ich werde ein Schild basteln. Das stellen wir uns dann hin, alle. Und ich sage euch noch was. Und wir denken uns, machen uns da solche dummen Gedanken und der Michael, der fährt ab auf mich. Entschuldigung, dass ich das jetzt so geradeaus sage, aber wir Frauen sind so Banane und machen uns tausende Gedanken über Zellulit. Der hat das nicht. Der sieht mich und für den bin ich die hotteste, sexieste, straffeste Frau des gesamten Universums. Und der sieht mich und der ist wirklich, wir haben es gestern erst gehabt, ich bin aufgestanden und der hat mich so komisch angeschaut, hinten am Hintern, ich habe sein Gesicht gesehen. So ertappt habe ich sein Gesicht gesehen. Das war wirklich so richtig so, der hat mich angeschaut, als ob wirklich so, wow, als ob so ein Lichtschein herabgeschieden wäre. Wirklich. Aus deinem Popschau raus. Ja, genau. Weißt du? Und wir denken uns aber, na hoffentlich schaut er da jetzt nicht deppert und keine Ahnung, sieht er da irgendwas, keine Ahnung, Tellen, Tippeln, Beulen, Fettrollen. Sehen die nicht. Der hat eine Gotteserscheinung. In Wirklichkeit. Ja. Und wir dürfen davon rauskommen, wirklich. Ja. Es ist so wichtig, auch nochmal das aufzugreifen, die sehen das nicht. Nein. Das ist nur in unseren Köpfen und auch für deinen 1111. Oh. Lila. Das war der 1111-Moment. Er ist da. Was wollte ich jetzt sagen? Und auch beim Richtigen, auch bei deinem, der noch kommen wird, bei der sich das auch nicht. Die verlieben sich in dich als ein Ganzes. Und so wie du es auch sagst, Steffi, die sehen dich wie so eine Gotteserscheinung und denken sich, boah, ich habe dich bekommen. Ja, so ein Glück. Oder ich werde alles tun, dass du bleibst. So rennt das dann. Und ich kriege auch nach wie vor so viele Komplimente. Auch wenn es jetzt nicht so wichtig ist. Aber im Grunde spürst du, Steffi, bei Michi, ich, beim Patrick, die lieben uns. Ja. Mit Haut und Haar. Mit allen unseren Anteilen, mit Haut und Haar und allen Dellen. Und wie gesagt, sie haben das ja nicht im Blickfeld. Ich denke mir oft, siehst du das nicht? Das ist ja offensichtlich. Bei dieser Bewegung erst recht. Weißt du so? Schau mal, genau. Ja, voll. Aber so wie du sagst, es ist einfach nur in unseren Köpfen drinnen. Und es ist absolut nicht relevant auch für eine glückliche Beziehung, eine erfüllte Beziehung, eine heiße Beziehung. Es ist komplett wurscht. Ganz im Gegenteil. Es geht bei uns einfach darum, nicht nur der Körper ist nicht dazu da, um schön zu sein, sondern, hey, du bist, wie du bist. Und das ist unglaublich leibernd so. Ja, voll. Das ist es. Du bist einfach, wie du bist. Weil wir kippen ja so schnell auch in diese Scheißvergleiche. Man sieht da jemanden vorbeigehen, auch wenn es am Strand ist und denkt sich, boah, also ich habe das noch immer wieder. Und man so, ja, das sieht jetzt anders aus. Na, der, die 20-Jährige, schon war ich ein bisschen straff aus als ich mit meinem 37. Man weiß ja nicht mehr mehr, wie alt die alle sind. Das ist auch so eine Geschichte. Aber nur als Gedanke aufgegriffen. Und es ist einfach scheißegal, weil jeder ist einfach so, wie er ist. Und jeder hat so seine eigenen Geschichten da rennen. Und nur weil der jetzt, Entschuldigung, noch kurz, Steff, den straffsten Popo hat. Ohne sämtliche Tellen heißt das noch lange nicht, dass die nicht was anderes findet. Weil das ist nämlich der kleine Zehchen zu weit links. Das will ich gerade sagen. Du siehst keine Tellen bei ihr. Die, sie selbst, sieht ja auch wieder tausend Sachen. Tellen, keine Ahnung was. Und genauso ist es ja umgekehrt auch. Wenn man dich anschaut, denkt man sich, bist du, na, der, den Geil Arsch. Na, wie der, na, bummst den Nassel. Denkst du, der hat, der, na, was heißt das auch nicht. Nur einmal. Da denke ich, der hat aber auch Glück, dass er dich gekriegt hat. So denkt man sich das. Ja, aber man selbst denkt über sich, oh, scheiße, ich weiß nicht, mein Popsch, meine Tädel, meine, keine Ahnung, welche komischen Sachen wir uns ja alle, wir Frauen ja alle in unserem Kopf haben. Das sehen ja die anderen ja auch wieder nicht. Also ich bin davon überzeugt, dieses Puppen denkt sich bei dir auch, bist du deppert so einen Hintern, hätte ich wahr, gern. Was macht denn die für ein orges Training, dass die so einen schönen Arsch hat. Ja, das ist ein Fehlfall. Jetzt hören Sie, hören Sie aber auf. Ich sage nur, ich sage nur, wenn wir, wenn ich dich abhole, ich sage nur die Knie-Momente. Genau. Immer sehr heiß. Mein Knie. Nein, nicht nur bitte. Aber das ist immer so witzig, weil ich, weil man bei dir natürlich auch, aufgrund der Liebe, die ich zu dir empfinde, sehe ich ja alles im ersten. Schönen, englischen Licht. Ich sehe es mit der rosa-roten Brille. Nein, überhaupt nicht. Aber so ist. Die pure Wahrheit, weil ich sehe dich als Mensch. Innere Schönheit. Und denkt man da jedes Mal. Wirklich. Und ich möchte auch noch mal betonen, das ist jetzt das Alte, das ist ausgesprochen. Jetzt kann ich es auch noch mal sagen. Mit 44. Ganz ehrlich. Du bist für mich noch immer 18,5. Knapp über 18. Das verspreche ich da. Also gut, so langsam wird es nicht mehr, wie es waren noch andere Zeiten. Na, bitte nicht zu. Das ist alles gut, wie es ist. Da haben wir noch viel zum Lernen gehabt. Ja, super. Also, der Körper ist nicht dazu da, um schön zu sein. Punkt. Okay. Ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss. Finde ich auch. Aber das finde ich eine super Folge für weiter. Also, ade für nächste Folge auch. Also, am nächsten Teil finde ich. Da fehlt noch vieles, ja. Könnte man andenken. Könnte man auch. Ich könnte mir vorstellen, ihr könnt uns auch gerne Sätze schicken, die ihr von uns gehört habt, die euch wichtig sind oder sonstiges. Und wir geben dann noch vielleicht den einen oder anderen Impuls dann dazu. Nur wenn leibende Sätze kommen, aber bitte. Könntet ihr uns auch. Ja genau, ich wollte gerade nämlich was anderes sagen. Weil wir könnten es auch mal so probieren, dass man Glaubenssätze schickt, die einen noch blockieren. Und wir zwar machen es für euch positiv. Kein Problem. Das ist auch eine coole Idee, oder? Gute Idee. Wir reframen das Ganze. Wie zum Beispiel, ich habe Angst, dass sich keiner in mich verliebt. Machen wir draus. In dich wird sich auf jeden Fall wer verlieben. Super. Es war jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, aber trotzdem. Aber es ist eine gute Idee. Gefällt mir. Sehr gute Idee. Schickt es uns bitte. Wir werden auch sicher, bevor wir die nächste Podcast-Folge machen, auf Instagram einen Fragestick auswerfen. Wann auch immer es sein wird, das können wir jetzt noch nicht sagen. Stay tuned. Stay tuned. Ihr werdet es erfahren. Beziehungsweise schickt es uns das per Mail auch gerne. Einfach ganz kurz und knackig. Glaubenssatz. Wir sammeln es zusammen und werden dann in einer der nächsten Folge, in der nächsten Folge darauf eingehen. Und lösen das einfach wieder auf und dann ist es wieder weg. Der Schaß, den keiner braucht. Super. Super, super, super. Unglaublich. Ansonsten haben wir noch wichtige Dinge zu verkünden, zu sagen. Naja, wir haben schon was Großartiges vor. Ich möchte das schon noch einmal vertrauen. Naja, wenn du das jetzt schon so sagst, dann habe ich schon eine Idee, was man noch sagen könnte. Was wäre? Naja, wir haben was Großes vor. Wartenssatz. Wartenssatz. Sag nicht mal. Sag einmal was. Ich sage noch nicht, was es ist. Aber ich sage nur, das wird ganz eine schöne Geschichte. Die Fefe und die Liz, sie haben sich nämlich was in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Jahren, Lila. Neben dem wir noch ein Buch geschrieben haben und Masterclasses abgehalten haben und so weiter und so fort und tausend andere Sachen gemacht haben, haben wir uns etwas für dich, schönste Frau, überlegt. Um dich noch einmal in den Prozess zum Richtigen, mit all diesen Glaubenssätzen, die endlich weichen dürfen, so richtig geil zu unterstützen. Ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber sowas gab es wirklich. Ich weiß, der Satz ist so abgedroschen, aber ich stehe so dazu. Ich weiß. Das gab es echt noch nie. Ich kenne niemanden, der das anbietet. Ich kenne niemanden, der so anbieten würde wie wir. Also der Michael sagt, das ist verrückt, der packt das und er hat gesagt, wir können das so nicht raushauen. Wir müssen es da, der hat gesagt, ihr müsst euch da eine Werbeagentur machen, das ist das Ärgste, was es jemals gegeben hat. Da muss es eine Kampagne geben, die nochmal separat, ihr könnt nicht einfach das raushauen. Ihr könnt es nicht einfach raushauen, sondern weil es erst geht. Ihr müsst da was, ihr müsst es zu arg. Das ist, das ist, ich weiß eh, aber ich habe mal was überlegt, das muss ich mit dir nachher besprechen. Okay, passt. Ich habe eine urgute Idee, aber ich möchte einen Satz dazu sagen, hoffentlich sage ich nicht zu viel, sonst muss ich mit Andreas rausstellen. Aber ich habe mir nämlich, was das ist, und das sagt es noch immer nicht richtig aus, aber es ist eine Fibel, eine Bibel, man kann es gar nicht sagen, was es ist, noch größer als das, indem wir wirklich dich an die Hand nehmen, aber so richtig und so arg durch den eigenen persönlichen Selbsterfahrungsprozess führen, dass nichts mehr bleibt, wie es war. Also das ist einzigartig. Es ist wirklich, also hätte ich das gehabt, wie ich mit meiner Selbsterfahrung begonnen hätte damals, hätte ich mal ganz, ganz, ganz viele Stunden Selbsterfahrung, Therapie und Äußersport. Ein letzter Satz noch, das kannst du das ganze Leben benutzen. Das ist ja nicht nur etwas, was du jetzt, weiß ich nicht, du kaufst das und dann verfolgt das wieder, das ist etwas, das ist wie die Bibel, so was ist das, was du immer hast, immer zu haben, was dich immer begleitet, was alles löst auch, für alles eine Lösung hat. Du hast für jedes Problem, hast du da drin die Lösung. Da drin ist die Lösung, genau. Du hast sie da drin. Voll. Mit der perfekten Übung. Und so weiter. Aber mehr sagen wir jetzt nicht mehr mehr, gell? Weil wir wissen noch nicht genau, wann wir es rausschmeißen, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Ganz einfach, ja. Wir haben jetzt, wie wir ja alle wissen, die Love Sisters machen es dann, wenn es sich richtig anfühlt. Ja, ganz noch schön. Und dann ist es auch immer richtig und dann ist es auch genau der richtige Zeitpunkt für dich, schönste Frau, weil dann wir es genau wissen, wovon wir jetzt sprechen und dann wird es genau wieder für dich wiederum passen und das passt, wir sind ja alle Ernst da erinnern, gell? Eine Food. Eine Food. Genauso steht es auch drauf auf dem Produkt. Wir sind alle eine Food und jetzt wird alles gut. Na gut, ich glaube, jetzt war es das, oder? Ich glaube, jetzt ist die Zeit zu gehen. Danke, das war jetzt so schön. Eine Lebensweisheit. Das muss ich mal aufschreiben. Das muss in die nächste Folge rein. Das ist wirklich, darüber würde ich auch noch gerne sprechen und ein paar inspirierende weitere Weisheiten drauf aufbauen. Naja, jedenfalls, es wird noch einmal wild im Sommer, in den nächsten Wochen. Ja, also das ist einmal fix. Wir haben es vor, bald zu machen. Wie auch immer, du wirst die schönste Frau, die bei uns ist als allererstes erfahren. Und jetzt ist damit das Thema beendet. So. Super. Und wer möchte, kann uns jetzt gerne noch über den Sommer ein paar fünf Sterne da lassen. Ein paar liebevolle Bewertungen schreiben. Unbedingt. Weil das hilft uns einfach zu wachsen. Das hilft uns, dass noch mehr unseren Podcast hören, zu hören bekommen, dass wir noch weiterkommen, dass wir noch mehr Herzen erreichen und dafür sind wir sehr, 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 sehr sehr dankbar. Und empfehlen ist sowieso unser allerliebstes Ding, gell? Das ist unser allerliebstes Ding. Ich weiß, wir brauchen es eh nicht zu sagen, aber wir haben ja immer wieder neue, die uns gerade frisch entdecken. Also hallo einmal an alle Neuen. Hallo erstmal. Dickes Bussi. Willkommen bei uns. We love you. Ob du das willst oder nicht, von uns wirst du geliebt. Sie sagt das sofort. Das gehört dazu bei uns. Du bist in unserem Liebeskreis aufgenommen. Also falls du noch keine fünf Sterne Bewertung abgegeben hast bei iTunes oder Spotify, bitte, 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 bitte. Das hilft uns wirklich sehr. Und mehr sage ich jetzt hier nicht. Außer eines. Es bleibt uns nur noch eines zu sagen. Das ist ja wirklich wahr. Das dürfen wir niemals vergessen. Das allerwichtigste. Liebe Bussi Papa. Das ist ja wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020